Musik Servus, willkommen zu meinem 5.3 ins Vlog So, der letzte Zyklus ist abgeschlossen, eine Woche hat ich die laut gemacht und jetzt beginnt der neue Zyklus Die Gewichte wurden dann auch erhöht, Bankdrücken um 3 Kilo, Schulterdrücken um 2 Kilo, Kniebeugen und Kreuzheben jeweils um 4 Kilo erhöht Ja, mein Körpergewicht liegt bei 89 Kilogramm Ansonsten sind wir auch gerade noch dabei, das Homeschirm ein bisschen umzubauen, da wird sich noch einiges verändern Jo, die Gewichte und Sätze, die wichtig sind fürs Programm, habe ich alle hingeschrieben Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Vlog Stop it! Ich komme dann! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.